Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Valdosa. In dem heutigen Video hacken wir einen kleinen Schlüsselanhänger. Das Material dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch neu hier seid, abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. So sehen wir unsere fertigen Schlüsselanhänger aus. Ein ideales kleines Mitbringsel zum Beispiel. Wir starten mit unserer Wunschfarbe und einem Fadenring mit sechs festen Maschen. Anschließend ziehen wir dann den Fadenring zu. Wir stechen jetzt in die erste Masche ein und ziehen eine Kettmasche, dass sich das Ganze zu einem Kreis schließt. Wir häkeln zwei weitere Luftmaschen und jetzt in die nächste Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen wieder in die gleiche Masche, wie das Stäbchen gehäkelt ist. So wiederholen wir das komplett einmal herum. Also immer in eine Masche kommt ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Vielen Dank. So sieht es dann jetzt aus. Sonst insgesamt haben wir das sechsmal. Noch eins dabei. Und wir verbinden das Ganze am Schluss mit einer Kettmasche. Auch hier, also dass es sich wieder zu einem Kreis schließt. Jetzt machen wir einen Farbwechsel, also einfach abschneiden. Ich mache jetzt mit Weiß weiter. Und ziehe mir die Weiß einfach einmal so durch die Schlaufe durch. Es geht jetzt weiter, dass wir immer, ich zeige es euch, hier in diese Zwischenräume von unseren beiden Stäbchen, also hier oben, wo wir die Luftmasche gesetzt haben, häkeln wir jetzt fünf Stäbchen hinein. Das erste, das zweite, das dritte, das vierte und das fünfte. Hier, wo die zwei Stäbchen aufeinandertreffen, kommt dann eine Kettmasche. So, in den nächsten Zwischenrahmen wieder fünf Stäbchen. Und dann am Schluss wieder mit einer Kettmasche. So entstehen jetzt unsere einzelnen, ja, Blütenblätter. Das wiederholen wir komplett rum, dass insgesamt sechs Blütenblätter entstehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beginn ein und ziehen eine Kettmasche. Den Faden dann abschneiden und einfach durchziehen. So, diesen Faden tun wir jetzt auch einfach ganz normal vernähen. In eine Nadel auffädeln und ein paar Mal durchziehen. So, gerade so rein, ziehen, ganz normal vernähen. Und dann abschneiden. So, das ist jetzt auch schon unsere fertige Blume. So, ich mache das Ganze jetzt noch mit diesen Hotfix-Steinen. Das ist hier so ein Applikator, der wird vorne heiß. Und da kann man ja so Glitzerperlen gibt es da, so Glitzersteine. Ihr seht, da ist hinten dran so ein Kleber, der wird dann heiß, der schmilzt. Und dann halten diese Steine perfekt. Also da geht nichts mehr ab. Das ist eigentlich ein Applikator, wo man ja so die Steine holen kann. Ja, ich habe jetzt halt ein zu großer Aufsatz benutzt. Also man sollte sich nicht so dranstellen wie ich. Geht aber auch so. Gerade mit dem Finger mache ich das jetzt so. Das ist jetzt heiß. Ich drücke das jetzt hier so dran. Also das funktioniert jetzt natürlich auch. Wenn man natürlich den richtigen Aufsatz hat, da gibt es verschiedene Aufsätze für vorne. Und dann klappt das auch, dass man das so aufnehmen kann. Ja, und so kann man dann die einzelnen Steine... Ich probiere es nochmal. Ja, also das ist jetzt der Vorführeffekt. So, ich mache es jetzt einfach so. Und halte es dran. Also es funktioniert so auch. So, also diese Steine bekommt man wirklich nicht mehr ab. Ich habe es jetzt mal hier weiter gemacht. Also alle Steine sind dran. Es sieht wirklich fantastisch aus. Glitzert toll. Und im Ganzen mache ich jetzt noch einen Schlüsselring dran. Hier könnt ihr dann einfach hier oben so, ja, am Rand durchgehen. Schlüsselring einsetzen und das Ganze zusammendrücken. Man kann natürlich auch so Karabinerhaken annähen, wenn man sowas lieber möchte. So, ich bin jetzt soweit fertig. Also es ist wirklich richtig fantastisch. Und ein super kleines Mitbringsel. Ich habe hier schon ganz viele gemacht. In verschiedenen Farben, immer mit so Glitzersteine. Ganz toll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt. Und auch gerne meinen Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos. Und ihr verpasst so keine weiteren Anleitungen. Hier seht ihr das Ganze noch einmal. Ja, habe ich auch so einen Taschenanhänger dran gemacht. Ja, also es gibt wirklich ganz viele Verwendungsmöglichkeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.